Wir versuchen mal, alles aufzudecken, sodass alles weiß ist, auf dem Radar. Sehr verwinkelt. So lautsam. Das ist ja Granatwerfer. Aha. Was wichtig ist erstmal hier, dass der olle Scheiß Flüstere da hinten weg ist. Haben wir hier irgendeinen Alarm am Start? Der Flüstere. Der Flüstere. Was ist denn der Flüstere? Es geht der im Bunker. Nee, er geht dran vorbei. Er geht auf den Bunker. Ach da, ich sehe ihn ja. Ach da, ja. Ja, ja. Und da unten sind die... Also, ich könnte drauf schießen. Auf was? Auf den Flüsterer. Ja, dann legen um. Weg ist er. Weil mehr als Scheitern können wir nicht, weißt du? Nee, nee. Aber ich sag, wir müssen erstmal die von außen wegpitchen. Ja. Ja. Erstmal alles freischalten, dass der Radar keine roten Flecken mehr hat. Von außen die erstmal alle wegpitchen. Ja. Alles mal wegmachen, was wegzumachen ist. Und die uns gefährlich werden können. Ja. Ah ja. Sprich, Scharfschützen und die Unsichtbaren, wenn's passt. Naja, aber die sind im Laden. Da, da muss man ja zum Schluss mit drauf warten. Ich glaube, es ist besser, wenn da die anderen drüber stolpern, ist das auch scheiße, ne? Und die sind zu zweit. Ich nehme mal hinten den. Oh, der ist weit. Und die Drohnenfuzzis wegmachen. Die Drohnenpiloten. Mhm. Die schicken eben auch noch Drohnen weg, weißt du? Ja. So. Ich glaube, jetzt ist alles sauber. Ach, da ist noch ein Scharfschütze. Weg damit. Gut. Da hinten ist ein Aus- und Fritz im Bunker. Den werde ich wohl auch mal nehmen hier. Wo will der denn hin? Ah, der ist im Bunker hier, ne? Die zwei haben wir schon alles wegeräumt. Habt ihr die Unsichtbaren schon weg? Nein. Nein, 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 nein. Ich hab noch... Nein, die stehen überhaupt zu sehr bei den... Achtung, wenn gelb ist, erstmal nichts weitermachen. Ah, ja. Wir müssen erst die Ruhe eingehen lassen. Keinen weiteren Schoß. Weil ich bin mir gespannt, ob da der Alarm ausgelöst wird. Wir machen uns... Legen Sie es mal in Deckung. Da haben Sie bestimmt eine Leiche entdeckt. Oder war da ein Fehlschusterra? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab noch gar nicht geschossen. Ich auch nicht. Ich hab bis jetzt nur aufgefährt. Vielleicht sind Sie... Vielleicht sind Sie über den Flüsterer gestoßen. Das kann sein. Naja, aber wenn Sie sich beruhigen, ist ja wieder gut. Ja. Deswegen, insofern gelb wird, aufhören und schießen. Weißt du? Hm. Weil man ja insofern... Man zielt und schießt, dann doch mehr zu sehen ist, als wenn man bloß hockt. Ich halt die Tarnung ein, immer wenn ich hier... So was hab. Aha. Oh. Wird jetzt schon wieder hell. Wird schon wieder hell, ja. Ach, der geht hier nicht über die Kante. Da komm ich nicht ran. Die Schütze lassen wir sein. Dann geh ich mal weiter nach außen. Ich mag ja so Schleichdinge. Das mag ich ja. So, jetzt sind Sie wieder alle weiß. Yes. Ich meine, wenn Sie jedes Mal noch ein Tütel und immer gelb werden. Oh, das dauern. Schön lange. Hu hu hu. Ja. Das dauert halt dann, ne. Dann schill mal die Gegner, da weißt du wie lange das dauert. Ja, ja. Man muss die Zeit lassen. Ja. Da hinten. So. So, wieder einer weg. Das geht ja gut. Ja. Auch gerade einen weg in der Welt. Immer schön gemütlich. Der nächste bitte. Wo haben wir jetzt wieder welche? Oh, da sind noch eine ganze Menge. Die haben wir. Da kommen jetzt noch welche vor. Die haben wir noch nicht markiert. Ja, ich aber auch jetzt, arbeite jetzt auch ein bisschen mit Simultanschlussdrohnen. Wenn es passt. Oh, die sind wieder gelb. Aufhören zu schießen. Jaja. Ja. Ja. Jetzt sind sie bereits wieder. Ich hab ganz rechts, hab ich die erstmal weggesäbelt. Gut. Ja, nicht ganz links. Aber da ist noch ein Geschütz, du. Das ist ein Scheiße, ne. Das lassen wir noch schön in Ruhe. Jaja. Weil die schießen erst, wenn sie uns irgendwie auf den Kieke haben, ne. Und jetzt gehts weiter. Mh. 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 Zombie. Zombie. Da ist schon einer hinter, oder nicht? Da ist, da haben noch, da sind zwei. Mh. Mh. Muss ich die Simultansdrohnen nehmen. Zack. Schon wieder einer weg. Ich hatte bloß einen grün-gelben Pfeil gehabt. Ich hab nicht gesehen, wer das ist. Habe bloß einfach mal zack. Und dann ging der. Mh. 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 Von hier bin ich gerade bisschen schwer, irgendwie ranzukommen an die Pfeile. Oder gingen die nicht hier lang, die unsichtbaren? Mh. Mh. Ne, die sind dahinter. Die gehen dahinter dahinter dahinter. Im Gebäude da ist was. Ja, aber hier ist eine Straße. Ich glaube, die gehen hier die Straße mal lang. Ich hoffe, dass sie hierher kommen. Die Unsichtfahren, die zwei Stück, die sind vor der Straße weg ein bisschen drin. Ich bin ja genau davor. Ich kann sie nicht erwischen, weil die hinter dem Zelt oder was das da ist. Ich sitze ja links von euch. Ich habe den genauen Blick auf die Straße. Auf die Unterstraße. Ja, auf die Unterstraße. Hier unten, wo mir geht nämlich noch eine Straße. Da habe ich schon gesehen, da sind sie langgelaufen. Ja. Ne, jetzt stehen sie da unten. Ja, die stehen da rum. Zauhunde. Einer zumindest so. Ich glaube, die schwanken immer zwischen Gelb und Weiß ganz schnell hin und her. Hat sie das auch? Ne, das habe ich nicht. Ne, bei mir wird immer das halt kurz Gelb und dann wieder Weiß. Jetzt ist aber der. Ja gut, ist geschützt. Wir meinen, alle zwei dieselben. Ja. Ja, die sind für mich zu weit weg. Ja. Wenn da einer den A, ich könnte A oder B schießen. Ist egal. Aber weiter auf einmal geht nicht. Krieg ich nicht weg. Ne, dann lieber abwarten. Jetzt wird es dunkel. Ja, ja. Jetzt wird es dunkel. Und uns auch nicht so schnell. Ich nehme... Ich gehe runter, das Kacke. Ich gehe runter, das Kacke. Das ist doch gar nicht so. Ich sage doch die ganze Zeit, wir müssen rein. Weil wenn wir nicht rein gehen, erreichen wir da gar nichts. Ja, aber man kann ja 4 Millisimuthanschuss drohen machen, wenn es geht. Ja, es geht aber nicht. Ja, es geht aber nicht. Es geht aber nicht. Das ist es doch. Warte mal, ich versuche mir etwas tiefer zu gehen. Ich muss mal hier meine Unterstellung aufgeben. Lappen waren hier nicht, die wir ausschalten müssen, die uns entdecken. Da habe ich keine gesehen. Ich auch nicht. So. Jetzt bin ich unten. Ach so, ich Pistole in der Hand, damit man lautlos sein kann. Oh, da sind die Unsichtbaren. Denk dran, nicht unnötig rumballern, ne? Nee. Ja, ich könnte jetzt zu dem Ersten hin. Was mache ich denn mit dem? Den kann er doch gar nichts machen. Wir müssen erst mal alle nieder machen. Weil du musst da alle 4 rausholen. Ja. Die könntest du schon mal raus tragen oder raus dirigieren. Aber... Und dann irgendwo abstellen. Abstellen. Aber dann ist die Frage, du grüßt, dass ja nicht alle eins sind rausgetragen oder raus begleitet. Doch, hier schon. Der ist, glaube ich, einer. Hier drin. Ja, aber wo willst du ihn abhaken? Ohne, ich weiß ja nicht, ob er entdeckt werden kann, wenn du ihn raus bringst. Huff, ich weiß es nicht. Weißt du was ich riskierst? Jo, mach mal. Sonst kommen wir ja nicht weiter. Sonst wissen wir nicht Bescheid, ob das geht oder nicht geht. Ja. Ja. Also den Jungen, wie so F tragen, E freilassen. So. So. Zwei unsichtbare sind weg. Ach so. Oh Gott. Mal gucken, ob ich dann an die anderen rankommen. Ja. Hauptsache sie folgt auch dir so, wie du gehst. Nicht, dass sie irgendwie wild durch die Gegend läuft hier. Ja, hoffen wir sie. Ich weiß es nicht. Ja. Gut, wir gehen hier raus. Komm, Mädel. Komm, gehst du mit? Ja, sie geht brav mit. Gut. Gut. Dann gehen wir jetzt hier raus. Hier um die Ecke rum. Bist du da? Komm, hier bleibt da. Jetzt bleibt da. Jetzt sag ich eh Stopp. Gut. Jetzt bleibt sie hier stehen. Jetzt mach ich mal weiter. Die hab ich jetzt hier hinter dem Ding geparkt. Ja, wir könnten ja auch alle so rausholen. Leise, weißt? Ja. Mal gucken, erstmal noch ein paar umlegen. Ja. Ich möchte dann ein paar umlegen. Weil da werden wir nicht so dran vorbeikommen. Die sind wir da hinten. Ja, ja. Du wirst nicht dran vorbeikommen, aber so unzulänglich ist richtig. So. Ja. Schauen wir mal. Oh. EMP-Wert. Was soll der Quatsch denn? Ich hab doch gar keine EMP-Grennheit ausgewählt. Der Drohnenmensch ist noch im Einsatz, geh. Nein, der Drohnenmensch, der die Drohnensteuer rollst. Das ist so laut, Danny. Ja, der Drohnenfuci, der hat vier Punkte übern Kopf. Ja, genau. Der ist, der ist noch nie tot. Ne, ne. Achtung, alles gelb. Wieder ein bisschen abwarten. Nichts weitermachen. Ne. Der lieber zurückziehen, weiß. Nein. Ach, ja, ja, ja. Da kam zu nah, der muss umgelegt werden. Na ja, leg um, was du umlegen kannst. Lautlos, wenn du es spielst. Ja, Leute. Ja. Unverwendet oft euren... Eure Tarnung, wenns geht. Ja, wir haben. Also, du könntest eigentlich zu dem anderen hin. Nee. Oh, wer... Oh, irgendjemand hat gerade hier... Die laufen alle in einer Richtung. Ein unsichtbarer war hier. Bei mir war ein unsichtbarer. Da ist eine Drohne. Entdeckt, gleich gibt der Namen, gleich ist fehlgeschlagen. Na, wird wohl nicht. Na, kommt noch eine Drohne. Ziggy, die kommen auf dich da oben zu. Rückzug, Jungs. Rückzug, bisschen weg davon. Vom Rassengeschäft. Ah. Ah. Oh, was war denn? War... Na? Weiß nicht. Aha. Auf jeden Fall irgendwie was wieder gesehen. Ja. Ja. Die Drohne wahrscheinlich, die es so geschickt haben. Wir dürfen uns nicht. Wir müssen, wir müssen jetzt entweder, wenn wir gesehen werden, sofort umlegen. Aber es dürfen keine Drohnen uns sehen. Dann machen wir verloren. Hier wird unsichtbar. Musst du spielen. Ja, 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 ja. Du musst praktisch immer fort, wenn dein Ding wieder einsatzfähig ist. Ja. Musst du unsichtbar sein. Nie wer warten, weiß. Ja. Na, die steht immer noch brav hier rum. Schön. Gut. Das ist eine brave. Die ist aber schön, hat die gefolgt. Jawohl. Aber das nützt uns jetzt alles nichts. Das Ding ist trotz Bravheit, ne? Ja, aber jetzt würde ich auch ein paar Kissen einsammeln, wenn wir schon hier sind. Ja. Und jede Tötung bringt uns näher. Jede Tötung bringt uns näher. Jede Tötung bringt uns näher. Ah. Hinter unserem Granatwerfer. Den sollten wir auch mal aufschalten. Warte mal, hier ist die blaue Kiste denn. Halt die Fresse! Der Herr sagt, die sollen uns umbringen. Das ist ja wohl ein bisschen zu viel. Lass die Kiste denn. Hier ist sie an. 400 Dingspunkte. Tarnungspunkte. So. 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 Komm mal ruhig hier du Depp. Der will nicht hochklettern. Endlich nicht. Nicht wenn wir jetzt den neuen Laden hier gleich drinnen auftauchen. Die machen jetzt mal alles kalt. Kann man ein bisschen üben mit Tarnung üben mit Simultanschuss. Simultanschuss. Ich denke mal du musst hier rein mit der Pistole arbeiten. Und schnell sein. Ich und meine Pistole. Ich liebe sie. Ja aber ist nicht das Allheilmittel? Es ist nie. Es gibt nie Allheilmittel. Aber ich glaube du fällst nur auf wenn sie dich angucken. Dann wird fehlgeschlagen. Ja und dann musst du mit der Pistole sehr schnell sein. Oder mit der Pistole. Oder mit dem Sturmgewehr. Oder Handkantenschlag. Oder mit der Feder kitzeln. Oder mit der Feder kitzeln. Totkitzeln. Da oben ist noch was. Das blut geile Volk ist wieder unterwegs. Ja. Da gibt es wieder was umsonst. Ja ich brauche. Ich brauche das Zeug. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wenn wir schon 200 Kilometer haben. Da brauchen wir nichts mehr. Ja sag mal wo ist denn diese. Da oben. Ganz über den Übers. Ganz über den Rest. Der Rest. Der Rest. Der Rest. Noch der Erste. Der Rest. Ja. Ich weiß auch nicht. Ob. Wenn man sie alle so befreit. Die Geiseln. Ah. Und wegführt. Aber ich glaube das geht nicht. Weil. Du musst natürlich die ganze Horde hier durch. Ah. Nee. Nee. Zieh wieder. Ja komm. Wo bist du denn? Da. Okay. Hier oben ist noch was. Ach. Die Geschütze sind hier. Ja. Glaube ich. So. Hier sind die blauen. Hier ist eine blaue Kiste. Das nicht. Die. Im Bunker sind die Fälligkeitsbunker. Ja. Kann man gebrauchen. Würde ich auch noch haben. Ach. Ja. 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 Wenn eine wechselt, können wir uns ja nun mal angucken in aller Ruhe. Die Öffentlichkeit. Ach. Schmeiß den da mit Granat in. Der Granat wer. Wer der oder der Mörse oder der Wache. Wie man das ist. Gut. Dann frag mal schon. Wer macht hier? Wer ist hier der Mörse vom Dienst? Hä? Ich kann ja nun nicht alles machen, Jungs. Das geht ja nun nicht. Sterben, Mörser, Dienst, Wache schieben. Das geht, der Kickel. Greift sie an. Na ja, gut. Das gute Zeug ist schon wieder alle weg. Ich krieg nichts. Nee, ich krieg auch nichts. Ist sie aber nicht von uns weggeschnappt worden. Das hast du dir selber weggeschnappt. Olaf? Ja, hier bei der Arbeit. Ja, 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 ja. Du bist erst brav, wenn du schläfst. Ich habe mich ja nicht brav gemeldet. Ich habe mich nicht brav gemeldet. Ja. Das Unschuldslamm vom Dienst. Sowieso. Ja, ja, klar doch. Ja. Es hat sich nicht viel geändert seit der Kindheit, ne? Ja. Ne, da muss ich hin. Der will nicht. Der will nicht? Nee, der will nicht. Der will von Angesicht zu Angesicht ermordet werden. Na, da komme ich zu dir, mein Freund. Na, da sitzt der ganz brav in der Richtung und guckt in die andere Tür. Und wer auch noch doof guckt, der hat. Ja. Ist recht verloren. Ich sitze hier in der einen Türöffnung und der guckt aus der anderen Türöffnung. Ja. Der Demel. Oh, da schreibt wieder an, da greift sie an. Ach, das sind unsere Kumpels. Ja, jo. Ja, die greifen schon wieder an. Lautstrahl, du. Die haben uns verraten. Jetzt machen wir sie fertig. Sam malmt sie. Die haben den Einsatz zum Scheitern gebracht, die Säcke. Ah, Säcke. Ja, oder wir, ich weiß nicht. Irgendjemand hat nicht... Nein, 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 das waren nicht die so. Ja, genau. Irgendeiner muss ja dann schuld sein. Wir waren nicht schuld. Wir waren so richtig top unterwegs. Ich weiß es nicht. Also, ich bin auch weggeschlichen. Vielleicht habe ich mich auch recht. Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich hatte gar keinen Sichtkontakt mit irgendjemandem. Ich auch nicht, weil ich habe alle, die mich sehen hätten können, die habe ich niedergemacht. Ja. Ich habe viele, wenn es geht, gleich mit der Simultanschlussdrohne. Flup. Okay. Aber nein. Oh, man, ist ja wurscht. Ist ja egal, 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 egal. Egal, egal. Da ist noch eine Kiste. Ah, wo ist hier eine Kiste? Du, 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 du. War schon wieder trap. Oder was? Kiste. Hier. Gut. So. Wachsambleiben. Wachsambleiben. Ja, ja. Hier ist doch keiner mehr. Ja. Ist doch alles... Alles roh hier. Alles weiß. Alles sauber. Alle erledigt. Auch die Geiseln. Wir sind gut drauf, Jungs. Ja, ja. Die Geiseln sind arg. Wann, wenn schon, denn schon. Genau. Keine Überlebenden hier, bitte. Nein, keine Überlebenden. So. Na. So. Gleich nochmal, oder wollt ihr erst Pause machen? Jetzt mach ich erst mal Pause. Moment mal. Wir spielen jetzt schon wieder über eine Stunde. Das weißt du ja nicht. Ander und halb Stunden spielen wir jetzt. Ja, wir haben um sieben keine Pause gemacht. Nein. Weil wir später angefangen haben. Genau. Weil wir arbeiten genau nach der Gewerkschaft. Genau, genau. Sonst kriegen wir Ärger. Ja. Machen wir die nächste Pause um 21 Uhr. Jetzt ist erst mal weiter. Ach Quatsch. Ja, ja. Freilich. Freilich. Wenn wir jetzt den Einsatz wieder anfangen, dann lassen wir das mal richtig Zeit. Richtig Zeit. Ja. Na ja. Mal gucken, wie sie laufen. Weil sonst... Olaf, der hat schon wieder Stalldrang. So. Ach hier. Bleib jetzt hier stehen. Ich glaub jetzt auch. Wirst du wieder gucken, was die Ferkel kosten? Du wirst ja sowieso. Wirst ja sowieso. Weck gespawnt, ja. Weck gespawnt. Genau. Ja. Ja. Also ich bin glücklich. Ja.